Hallo zusammen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe mich dem Experiment Undercover Boss gestellt. Aus mir, André Wels, wurde Stefan Walter aus Berlin. Und so viel kann ich Ihnen verraten, ich hatte eine wirklich unglaublich erlebnisreiche Zeit beim TV-Dreh. Damit Sie zu Hause die Ausstrahlung unserer Sendung am 8. Februar mit allen Sinnen genießen und erleben können, haben wir ein Sonnenwinzer-Weinpaket mit tollen Weinen für Sie vorbereitet. Ganz nach dem Motto, vom Weinberg in den Fernsehsessel. Darf ich nun an unsere Sonnenwinzer-Markenbotschafterin Lea übergeben, die Ihnen die Weine nun vorstellen wird. Viel Spaß und bis ganz bald, Ihr André Wels. Hi zusammen, ich bin's, Lea. Der André Wels hat's schon gesagt, aus Moscht wird Wein, aus André wurde Stefan und aus dem Wein der Sonnenwinzerinnen und Sonnenwinzer wird Genuss. Ich freue mich sehr und würde sagen, wir probieren den Wein im linken Glas einfach mal zusammen. Ein Blanc de Noir Qualitätswein aus unserer Serie Weine mit Charakter. Sonnengelb in der Farbe, feinfruchtig mit Aromen nach Aprikose und Pfirsich im Duft. Freue ich mich jetzt drauf, den Wein zusammen mit Euch zu probieren. Zum Wohl! Beim Probieren ein sehr exotischer Charakter, der sich perfekt zu Gerichten aus der modernen Küche, wie beispielsweise kurzgebratenem Fleisch oder Meeresfrüchten eignet. Der Wein im wahrsten Sinne des Wortes in der goldenen Mitte. Unser Sonnenwinzerwein mit Charakter, ein leuchtender Rosé. Zum Wohl! Zupacken und fruchtig im Geruch, frisch und mit lebendiger, fruchtiger Seure am Gaumen, ist er einfach der perfekte Begleiter zu pikant zubereitetem Gemüse und Pasta. Zu Fisch oder passenderweise auch zu einem gemütlichen Fernsehabend zusammen mit Freunden. Der dritte Wein im Bunde, im rechten Glas, ist eine Cuvée Noir und strahlt mir jetzt schon mit seiner wunderschön kräftigen Farbe hier aus dem Glas entgegen. Zum Wohl zusammen! Der Wein ist, wie ich finde, ein echter Klassiker zu allen Schmor- und Wildgerichten, zu Käse oder auch als Dessert zu Schokolade. Er sieht nämlich nicht nur wunderschön aus. Er überzeugt auch mit seinen Aromen nach Waldbeere und Kirsche und mit seiner schönen, warmen Tanninstruktur. Alles in allem drei Weine mit so tollen, unterschiedlichen Charakteren, wie es auch unsere Winzerinnen und Winzer haben. Schaltet am 8. Februar auf jeden Fall ein, bestellt unser Weinpaket und lasst euch überraschen. Ich freue mich! Alles Liebe, eure Lea